3, 2, 1 Hey! Moin! Wir sind aus Lensburg und wir haben News für euch Nur für euch, ganz neue Wir haben ein Video gedreht Ein komplett geiles Video mit Komparsen mit Show-Effekts mit Special-Effekts mit mit geilen Kostümen und auch nicht so Special-Effekts Und vor allem ein großes Dankeschön an alle die da waren und die es ermöglicht haben an die Leute die die Location stellen an die Leute die für uns gejubelt und gebuht haben uns unterstützt haben und ausgebuht haben Das war schön Wir sind überwältigt davon wie viele Leute vor Ort waren Wir kamen raus aus der Location und standen gefühlt 100 Leute gefühlt Morda stand vor den Toren und wollte mit uns drehen und das war ziemlich geil Also sehr Vor allem nach dieser langen Zeit dass ihr wieder zu uns gefunden haben nach dieser schweren Corona Zeit den Top Genau, alle Bock hattet Spaß hattet wir haben getrunken wir haben gedreht wir haben gefeiert und das für den Sonntag Sonntag Leute! Unser Video kommt bald hoffentlich dieses Jahr noch auf den gängigen Plattformen auf YouTube Facebook NewPorn MySpace StudioVZ und die Plattform die ihr benutzt wieder noch